Und schon wieder vom Sogeln am Großglockner und unsere liebe Konne radelt sich tapfer durch das beschissene Sauweder. Wir befinden uns zwischen Hochtour und Fuschertörl. Wenn wir am Fuschertörl dann sind, geht es dann eh bergab Richtung Gruckhaussee. Wir können gerade hoffen, dass Wetter Richtung die Ruhe besser wird. Es ist gerade ein kurzes Update, dass wir Ihnen zeigen, wie es da heroben zugeht. Okay, Servus.